Musik Also mein Name ist Higbert Feiker und es ist natürlich eine Ehre, mal mit so starken und Weltspielern, Spielerinnen, also mal eine Trainingseinheit durchführen zu können. Es macht riesen Spaß, weil man von den Spielerinnen sehr viel abschauen kann, lernen kann. Musik Wir sind heute hier in Witten im Beach Club Blue Beach und machen unser fünftes Beach Camp mit unseren beiden Stars Katrin und Ilka. Es macht auf jeden Fall riesig Spaß, es ist eine coole Truppe, bunt gemischt. Es ist ein großer Anreiz und es macht Spaß, wenn man gerade am Ende schon ein bisschen mitgezockt. Musik Ein bisschen Training, ein bisschen auspowern und auch was mitnehmen. Und ich glaube, man hat schon beim einen oder anderen gute Fortschritte gesehen. Und das ist natürlich auch toll für die Teilnehmer, wenn sie was mit rausnehmen können. Musik Im nächsten Jahr gibt es eine neue Speech Camp mit euch beiden, richtig? Ich freue mich drauf. Bewerbt euch beim Stadtspiegel. Ciao! Tschüss! Tschüss!